und willkommen zurück bei silent hill 2 und wir gucken uns gleich um was haben wir in dieser wohnung ich trau mich da gar nicht hin aber ich muss ach so ich dachte es wäre schon körper okay zum glück nicht zum glück nicht aber eine taschenlampe ja toll was ist denn das 24 beine willst du mich verarschen als die luft an die blöde sie tritt nach super das kostet wieder energie und wir könnten uns jetzt ein gesundheits trink einwerfen aber ich weiß nicht ob ich das wirklich tun soll ja doch doch wir müssen wir müssen weil sie hier sieht nichts aus als könnte es nützlich sein na toll schlecht eine nähmaschine da ist nichts besonderes dran war das eine puppe hier ist es eine lebendige puppe aber die hat ja blut seltsam seltsam aber wir sind überall diese teile schaufenster punkt ja schloss kaputt hier auch nichts nützliches nirgends ist etwas nützliches nichts 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 aber wir haben eine taschenlampe und das beruhigt doch schon mal ein bisschen klein wenig immerhin lichtschalter können wir auch nicht benutzen gut da müssen wir wohl wieder raus hier so ich glaube wir gucken uns hier noch weiter um hier kommen wir wahrscheinlich ins andere treppen aus das sehe ich doch schon was was super und hier kommen wir auch rein na toll ich will ja nicht rein na toll wo bist du komm raus nein 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 ah Mist ich hasse diese teile komm ja trifft schlag zu nein er ist zu weit weg ja noch mal noch mal nein der steht immer noch jetzt nachtreten na super was haben wir hier ich habe patronen für die pistole ja dann muss es doch irgendwo eine pisto alter wag das nicht noch mal du scheiß drecks wie meine fresse hast du mich jetzt erschreckt ich hoffe dich ich hoffe ich stehe alter wieder nichts zu sein gar nichts und wir benutzen ein gesundheitstrink nach dem anderen schon wieder zu sehr angeschlagen das ist er hat einfach so lange bis er in position ist angreift das dauert sehr lange das ist so ein großes problem und es macht das spiel auch extrem schwierig ich möchte doch gerne eine pistole schon wieder patronen für die pistole aber keine pistole mensch kommt schon leute wo ist die pistole bitte habt doch ein herz kommt schon irgendwo wahrscheinlich ist nicht mal in diesem raum der toll können wir noch eine pistole suchen gehen oder ich über sie sie einfach und das wäre natürlich echt nicht gut das wäre sehr schlecht aber hier sehe ich auch nichts eigentlich auch eine taschenlampe lieber lieber angeschaltet lassen obwohl ich mich da auch nicht sicher fühlen so leute ich glaube wir probieren einfach mal unsere kettensäge aus was meint ihr kommt schon jetzt zersagen wir diese mistviecher das kann stehen hallo jetzt bist du dran okay der hat ja mächtig reingehauen krass aber ich habe so die befürchtung ja diese kettensäge läuft natürlich mit benzin und das könnte uns natürlich ausgehen die sollten wir also benutzen wenn stärkere gegner kommen hier kommen wir nicht rein das ist hier hier kommen wir auch nicht hinein dann würde ich vorschlagen gehen wir noch mal ins zimmer zurück wo wir zu wenig licht hatten um irgendwas zu erkennen wo war denn das noch mal okay hier vorne kamen wir rein hier kamen wir rein da war das bei der 208 nun gut auf geht's sehr schön der lichtkegel hier ist schon daneben hier geht's an 208 das müsste diese gewesen sein da ist noch eine weiter hier ja hier scheint alles noch gleich zu sein na gut war das nicht hier genau hier steht auch was was ist das das wüsste ich auch gern henry mildred und scott sieht so nach zeichen aus wie groß man ist immer das wir so gemacht hat gemessen dann so ein kennzeichnern die wand das haben wir hier denn ups schon nein ich möchte es noch mal lesen da steht etwas auf der uhr geschrieben die namen der vergangenheit werden den nagel entfernen der die zeit anhält na gut dann verschieben wir diese uhr mal oder auch nicht egal wie sehr ich schiebe sie bewegt sich nicht es scheint das wäre sie am boden festgeklebt können wir denn da was machen wir können was machen die uhr ist um 11 uhr 55 und 15 sekunden stehen geblieben dass sie verblatt ist geschlossen es ist verriegelt so kann ich die zeiger der uhr nicht berühren da toll das hilft uns schon mal wirklich weiter muss schon sagen ganz toll der boden und die wände zeigen kratzer sieht aus als wäre etwas schweres hierher gezogen worden das ist bestimmt die uhr und ich sehe da auch ein loch dahinter na toll aber da kommen wir nicht ran wir brauchen irgendwas um es zu öffnen aber ich weiß nicht was ich glaube wir geben alles andere treppenhaus da ist vielleicht auch noch was wer weiß da müssen wir hier lang glaube ich ja wie gern würde ich die motorsäge für alles benutzen aber ich glaube das werden wir einfach bereuen wenn wir das machen hier können wir schon mal nicht rein na gut dann gehen wir halt wir zurück ins alte treppenhaus bleibt uns ja wohl nicht viel anderes übrig denn ich weiß ehrlich gesagt nicht was wir sonst hier noch machen sollten aber die taschenlampe ist schon ganz gut die können wir auf jeden fall gut gebrauchen was haben wir hier noch so nichts nichts hier liegt doch irgendwas können wir nicht aufheben da kommen wir auch hinein ich will nicht gitter da ist ein schlüssel jederzeit der stangen legt ein schlüssel auf dem boden wenn ich meinen arm ausstrecke könnte ich ihn vielleicht erreichen wirst du ihn aufheben natürlich her damit komm schon schaffst du noch ein kleines stück ein kleines mädchen das uns die tour vermasselt kann doch nicht wahr sein man was sollte denn das hier labern monster und die hat nichts besseres zu tun uns den schlüssel weg zu kicken hier so was ist das nichts sehr beruhigend na gut da kommen wir schon mal nicht hinein ich freue mich ja immer wenn wir nicht in neue räume kommen aber da geht es schon wieder hinein ich will nicht habe ich das schon mal angemerkt ja er guckt auf dem boden interessant ich habe eine pistole ja es ist ein einkaufswagen wie kommt er hierher volles magazin enthält zehn patronen leichte faustfeuerwaffe nicht sehr effektiv aber leichte handhabung die wird ausgerüstet ich wollte doch nicht das licht ausschalten niemals es fällt dir ein sonst noch was hier die mauer ist pockenartig überzogen mit einschusslöchern ja hier hat jemand ein bisschen verrückt gespielt überall einschusslöcher guckt euch das mal an alter was für eine munitionsverschwendung die könnten wir gut gebrauchen in diesem moment aber nein da muss ein idiot alles verschießen was ist hier nichts die haben wir eine tür das schloss ist wohl kaputt scheint als wäre hier gar nichts brauchbares mehr wir können noch kurz auf die karte gucken ja hier ist versperrt und ja sonst kommen wir hier auch nirgends hinein na schön ich glaube wir müssen mal ganz hinaus und dann sind andere ins andere treppenhaus wäre vielleicht nicht schlecht könnten wir durchaus machen immerhin eine pistole da müssen wir einfach mal abspeichern was haben wir hier noch nichts schade ok speichern speichern ist immer gut sehr schön soweit so gut mal sehen ob wir da überhaupt reinkommen das weiß ich natürlich nicht vielleicht ja nicht aber ich hoffe es doch ja sie ist abgeschlossen na toll was machen wir denn jetzt ich habe ehrlich gesagt keine ahnung aha guck mal war dieses zeichen vorher auch schon da der speicher punkt ja aber ich glaube der kreis nicht oder oder ich weiß es nicht aber da sollten wir unbedingt kurz nachgucken und das machen wir auch sicher ist sicher selbst wenn wir umsonst laufen so schlimm ist das ja auch nicht äh hier geht's ich glaube ich sehe mich in dieser wohnung noch etwas um etwas stimmt hier nicht aha dann haben wir eindeutig irgendwas vergessen äh mist aber was was ich komme ja nicht an den schlüsselrand ich glaube wir sollten dieses kind finden oder wir müssen sogar dieses kind finden oder kommen wir vielleicht ne kommen wir nicht na gut dann sprechen wir gleich nochmal und machen uns nachher auf die suche nach diesem kind das hier einfach so alleine durch dieses gebäude läuft ist mir gar nicht geheuer aber das machen wir erst in der nächsten folge freunde euch wie immer ne traumhaft gruselig schöne nacht macht's gut oder